Heute habe ich wieder ein Buch-Review für euch, nämlich dieses hier, Ikigai von Ken Mogi mit dem Untertitel Die japanische Lebenskunst. Ikigai ist ein japanischer Begriff, der die Freuden und den Sinn des Lebens beschreibt. Und er besteht aus den Worten Iki, was so viel wie Leben heißt, und Gai, was für Sinn steht. Und frei übersetzt wäre es sowas wie das, wofür es sich zu leben lohnt. In dem Buch untersucht der Autor, wieso gerade in Japan die Menschen eine sehr hohe Lebenserwartung haben und dabei anscheinend auch ein gleichzeitig besonders glückliches Leben führen. Und das führt er zurück auf das Konzept des Ikigai, was anscheinend sehr tief verwurzelt ist in der japanischen Lebenssicht und Philosophie und beschreibt anhand von vielen Beispielen und Geschichten, wie dieses Ikigai bei den Japanern im Leben quasi zum Einsatz kommt. Ganz kurz vorab über den Autor Ken Mogi. Er ist ein Neurowissenschaftler und Autor. Er hatte Physik und Neurowissenschaften zuerst in Tokio und später in Cambridge studiert. Und er moderiert in Japan eine sehr populäre Radiosendung und ist Gastgeber für ein Kunst- und Designprogramm im japanischen Fernsehen. Ganz zu Beginn des Buches stellt der Autor seine fünf Säulen des Ikigai vor und sagt, dass seiner Meinung nach das Ikigai genau auf diesen fünf Säulen basiert. Und diese sind folgende. Das erste ist klein anfangen, zweitens loslassen lernen, in Harmonie und Nachhaltigkeit leben, die Freude an kleinen Dingen und als letztes im Hier und Jetzt sein. Das sind die fünf Aspekte, die er dann im weiteren Verlauf des Buches innerhalb seiner Geschichten immer wieder aufgreift und erläutert. Ganz zu Beginn des Buches erwähnt der Autor auch nochmal, dass man beim Ikigai Folgendes verstehen muss. Ichigai hat nicht unbedingt etwas mit beruflichem Erfolg zu tun. Es hat nicht etwas damit zu tun, dass man irgendwie populär, bekannt ist oder Reichtum erlangt oder wie gesagt auch nur beruflich erfolgreich ist. Denn Ikigai findet man vor allem in seinem Leben auch in den kleinen Dingen. Ikigai besteht aus den Freuden des Alltags. Das heißt, man findet es überall in seinem Leben. Ikigai lebt also sowohl im Reich der kleinen Dinge, wie die Morgenluft, die Tasse Kaffee am Morgen, ein Sonnenstrahl, aber auch gleichzeitig in den großen Dingen des Lebens, wie zum Beispiel ein sehr großes einschneidendes Ereignis. Vielleicht, dass man im Beruf befördert wird in eine anspruchsvolle, leidende Position oder die Geburt eines Kindes. Und nur wer alle Aspekte des Lebens zu schätzen weiß und sie mit Freude annimmt, der kann auch die Reichhaltigkeit des Lebens wahrnehmen und sich an dem Leben erfreuen. Auf den Zusammenhang zwischen einer erhöhten Lebenserwartung und der Anwendung des Prinzips von Ikigai geht der Autor auch ein. Und zwar erklärt er in seinem Buch, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern mal eine Untersuchung gemacht hatte, wo die weltweit höchsten Lebenserwartungen sind und zwar anhand der 100-Jährigen oder über 100-Jährigen, die in diesen Regionen leben. Und da haben sie fünf Zonen, die sogenannten Blue Zones oder blaue Zonen, identifiziert weltweit, wo die höchste Dichte an über 100-Jährigen existiert. Und die eine von diesen fünf Zonen ist die Insel Okinawa, die japanische Insel, auf der vor allem die Frauen die höchste Lebenserwartung weltweit haben. Und der Autor führt das unter anderem darauf zurück, dass gerade in Okinawa die Menschen das Prinzip des Ikigai quasi so leben, wie sie ihre Luft atmen und es so verinnerlicht haben. Und das Prinzip des Ikigai wird auf der Insel Okinawa laut Autor zumindest durch folgende Eigenschaften gefördert, beziehungsweise die Lebenserwartung, die hohe Lebenserwartung gefördert. Und das ist einmal ein Gefühl der Gemeinschaft mit einem sehr hohen Schwerpunkt auf die Familie, eine ausgewogene, überwiegend pflanzliche Ernährung und ein Bewusstsein für Spiritualität. Und hinzu kommen eine konstante körperliche Aktivität und soziales Engagement. In Bezug darauf, wie wir unser eigenes Ikigai finden können, sagt der Autor, dass es wichtig ist, das in seinem Leben zu entdecken, quasi hervorzubringen und es auszuleben, was einem selbst von Bedeutung ist. Und dabei spielt es keine Rolle, ob vielleicht jemand anderes darin überhaupt gar keinen Sinn oder gar keine Bedeutung findet. In diesem Sinn bedeutet Ikigai quasi, das ist der Grund, morgens aufzustehen. Da fand ich noch ein weiteres Kapitel in dem Buch sehr spannend und zwar stellt der Autor da den Begriff Kodawari vor und das steht im engen Zusammenhang mit dem Ikigai. Und Kodawari ist quasi das Denken in kleinem Maßstab. Es ist ein Begriff, der wohl sehr schwer zu übersetzen ist und heißt wohl am ehesten sowas wie Beharrlichkeit oder Engagement. Kodawari beschreibt quasi einen persönlichen Standard, den jeder versucht einzuhalten und steht für ein gewisses Niveau an Qualität und Professionalität. Es ist quasi der Stolz, den man auf seine eigene Arbeit empfindet, wenn man sich wirklich mit den kleinsten Details seiner Arbeit beschäftigt und versucht, diese zu perfektionieren. Und in dem Buch zählt der Autor zum Beispiel ein Beispiel von einigen japanischen Obstbauern auf, die sich nichts weniger zum Ziel gesetzt haben, als die perfekte Frucht heranzuziehen. Und die Früchte dieser Bauern gehen für unglaubliche Preise über die Ladentheke, weil sie eben als Kunstwerke angesehen werden, als biologische Kunstwerke und in ihnen so viel Arbeit steckt. So kostet zum Beispiel eine Zuckermelone umgerechnet 150 Euro oder eine sogenannte perfekt reife Mango 75 Euro. In einem Kapitel geht der Autor auf die sinnliche Schönheit des Ikigai ein, um die fünfte Säule zu verdeutlichen, die da heißt im Hier und Jetzt sein. Und dazu sagt er, dass man dafür Achtsamkeit praktizieren muss. Und wenn man das Wort Achtsamkeit benutzt, dann kommt man eben um den Zen-Buddhismus, der ja in Japan entstanden ist, nicht drumherum, weil die Achtsamkeit aus dem Zen-Buddhismus kommt. Und da hat sich der Autor meiner persönlichen Meinung nach etwas verrannt. Er beschreibt, dass die sogenannte Negierung des Ichs Hand in Hand geht mit der Erfahrung der sinnlichen Freuden. Und dass, wenn wir die Bürde des Ichs abschütteln, wir erst dann wahrlich die sinnlichen Freuden des Lebens erfahren können. Und das ist meinem persönlichen Verständnis nach einfach nicht richtig. Denn im Zen ist es so, wie auch in jeder anderen wahren Meditationspraxis, dass wir weder etwas ablehnen, noch an etwas anhaften. Und die Ablehnung von etwas, was ja die Negierung des Ichs wäre, ist selbst eine sehr harte Verstrickung. Das ist nur etwas, was mir am Rande aufgefallen ist, tut aber meiner Meinung nach dem Buch natürlich keinen Abbruch. Wenn dir das Buch Review bis hierhin gefallen hat, dann würde ich dich bitten, dir kurz Zeit zu nehmen und meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen hoch da zu lassen, wenn dir das gefallen hat. Vielen Dank! Ein weiteres Kapitel, was ich spannend fand, war das Kapitel rund um das Thema Flow und Kreativität. Und hier lehnt der Autor an das Konzept des Flow ein, was der Psychologe Mihaly Csikszentmihal berühmt gemacht hat und sagt, dass das Ikigai damit sehr eng verknüpft oder verwandt ist. Und Flow bedeutet, dass ein Mensch so sehr vertieft ist in eine Tätigkeit, dass alles andere anscheinend keine Rolle mehr spielt. So findet man die Freude an der Arbeit selbst. Arbeit ist dann quasi ein Selbstzweck geworden und nicht ein Vehikel, um damit etwas zu erreichen, wie zum Beispiel seinen Lebensunterhalt sauer zu verdienen, sage ich mal, weil man eigentlich vielleicht gar keine Lust darauf hat. Denn man erfreut sich an der Arbeit selbst. Die Arbeit selbst, der Prozess, gibt einem die Erfüllung. Und das Gehalt ist im Grunde genommen nur ein Bonus. Die Gesamtheit der unendlich vielen Nuancen, der Elemente einer Arbeit ist das, was zählt, ist das Wichtige. Nicht wir sind der Meister, sondern die Arbeit selbst ist der Meister. Und um das zu verdeutlichen, führt der Autor hier auch wieder ein schönes Beispiel an von japanischen Porzellanherstellern. Und bei denen gilt das unbewusste Schaffen als die Königsdisziplin in der Porzellanherstellung. Und mit dieser Methode werden die größten Meisterstücke hervorgebracht. Und das hat auch etwas mit Flüchtigkeit zu tun. Denn die Japaner legen einen sehr, sehr großen Wert auf das Thema Flüchtigkeit. Sie versuchen, die Flüchtigkeit von Ereignissen, von Begegnungen mit Menschen, von Dingen sehr ernst zu nehmen. Denn sie wissen, dass das Leben quasi fließt und dass Ereignisse einmalig sind und nur einmal eintreten. Und deswegen nehmen sie all das, wie Begegnungen mit anderen Menschen, sehr, sehr ernst. Denn wenn man die kleinen Dinge im Leben bemerkt, dann ist nichts unwichtig. Dann ist alles im Grunde genommen außergewöhnlich. Dann kann man alles genießen, wie es ist. Und deswegen nehmen die Japaner auch noch das winzigste Detail eines Rituals so ernst, als ob es um Leben und Tod geht. Zum Schluss bemerkt der Autor noch, dass wenn man es schafft, den Prozess des Sich-Anstrengens zu seiner Hauptglücksquelle zu machen, dann hat man eine der größten Herausforderungen seines Lebens im Grunde genommen schon gemeistert. Zum Schluss noch mein kurzes Fazit zu dem Buch. Ich fand das Buch sehr interessant, sehr spannend und auch sehr kurzweilig geschrieben. Man bekommt einen sehr guten Einblick in diese japanisch-östliche Lebensweise. Natürlich sehr stark eingefärbt durch die Brille des Autors in Bezug auf das Ikigai, weil er eben etwas damit verdeutlichen will. Aber man bekommt doch schon einen Vorgeschmack auf diese Lebensweise, die ja doch sehr stark im Kontrast steht zu unserer westlichen Lebensweise. Und wenn man ein bisschen offen und neugierig ist auf eben diese japanisch-östliche Lebensweise, dann ist dieses Buch auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg und ein sehr guter Ratgeber, wenn man so ein bisschen erfüllen möchte, was gibt es denn sonst noch im Leben, außer das, was wir jetzt hier im Westen an Konzepten für Lebenssinn kennen. Und vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen hoch da zu lassen, falls dir dieses Buch-Review gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Bis zum nächsten Mal.